Ja Leute, es ist halb acht hier und jetzt gehen wir mal an die Spielung. Es bleibt die Flüge, aber wenn die sterben, so wie Blitz, halt die Sterne durch den Park wie ein Bonze mit Weißgolkette vorbei, ein Kind zieh an meine Songs in der I-Portrait ist. Ich denk an mal was an Deals und Einbruchsdelikte, heute seh ich mich als Hip-Hop-Star in Zeitungsberichten, doch ich weiß, dass es nicht sein kann. Dieser Welt verschraubt nur Wunder, doch er geht vorüber, so wie schaufinster Hunger. Ich schau auf, es wird dunkler, langsam näher, als ich direkt nur erzählen, es kommt in Platz. Regeltriff und Wasser, auf die Windschutzscheibe sind Flugzeile. Ich schau auf, es wird schweig, ich schau auf, das Radio 1, wie man den Wald gibt, es ein Gewitter, es wird kalt, ich bin leicht vom Zitz und wie Gau. Ich weiß, es ist ein Verblasst, ein Verblasst, ein Lebeschwagen, um zu alarm, hier auf dieser Welt zu retten. Und dann führen wir den Kampf mit dem Glück, wenn wir müssen in den Himmel kommen, muss nicht bledet vor verkehrt, nicht in Glanz, dieser Welt. So meine Freunde, der einzige Sport, den du hip-Hopper kennst, ist Walking with Christopher, wie man hier sieht meine Freunde. Ich gehe jetzt hier mal für euch, nachdem wie ich euch gezeigt habe, wie der Boss umzockt, wie er sein geht, zeige ich euch jetzt mal hier die Stadt des Bosses. Auf jeden Fall sehr ansehenswert hier, auf den sie treten. Und ja, ich melde mich gleich zurück. Da ist der Rocky schon hochgelaufen, waren wir jetzt auch, meine Freunde. Ja, ein bisschen was für die Fitness. Und ja, das ist das. Und die Schlender durch den Park, Zigarette hinterm Ohr, die Sonne küsst den Horizont, es ist Herbst. Der Glanz dieser Welt geht vorüber, nichts bleibt uns zu überwenden. Puh, Leute. Ihr wisst ja, der Boss ist in der Masse-Phase. Deshalb ist das so ein bisschen schwierig hier mit Ausdauer. Aber für euch. So, jetzt sind wir ganz oben angekommen. Wie man sieht hier, hier geht ein bisschen die Fahne, wie man sagt. Ich habe eine Fahne. Und ja, hier schaut es nicht mal an. Also, ich muss gleich wieder los. Aber was ich noch dringend loswerden wollte, ist das. Bleibt euch treu. Wenn ihr mal im Casino nicht gewinnen solltet, schmeißt ein bisschen mehr in die Kiste rein. Die will euch ein bisschen locker mal anfangen. Mein System ist, Hunni rein, Tausender raus. Das weiß die Maschine. Ich drück da bestimmte Knöpfe, hab so meinen Algorithmus, wie die Leute jetzt sagen würden. Und ja, Cheats und so, hab ich eigentlich nicht. Außer zum Online-Shooter. Wie heißt es doch mal? Ein Counter-Strike. Ja, Counter-Strike. Und ja, ähm, was soll ich noch sagen, Freunde? Fragt mich doch was. Es läuft sehr gut. Malango würde jetzt sagen, Nice Baumaschine. N1 Airshot Crew. Ich werde hier auch gleich mal, meine Freunde. Schaut euch das mal an. Hier werde ich gleich mal einen Airshot machen. Ja. Also ich spring mit der Deagle runter. Oder mit der AWP. Und werde hier gleich ein paar Leute fraggen. Also bis dann Leute. Das ist sicher. Die sind Journalist. Und die sind immer noch mal so. Ich bin sicher. Und wir haben die, die sind die Ziege aus dem Schauch. Und wenn ich die Schauch. Oui. Das ist nur.